lebensbogs jesli Los, du musst in den Abfunk gehen! Warte, warte, warte! Jetzt sind wir? Ah ja, eklig. Kann man jemand halten? Kann man jemanden halten? Haltet man, weil wir auf der Unten sind. Ja, aber wir können halt nicht gut hinstellen. Jetzt brauchst du noch da. Ja, gar ein Schildträger hinter, Maggele. Das war mal der Schluck da, ey. Kann man jemanden drehen? In die andere Richtung, in die andere Richtung. Maggele, ist das so bescheuert, oder was hast du, ey? Ja, es ist doch scheißegal, in welche Richtung. Oh! René ist der Erste, der fliegt. Ich kenne, wie blöd das aussieht. Maggele, fährt schon schlecht. Ich kenne die Hose. Maggele, ich glaube, das ist echt die falsche Richtung, die ich gewählt habe. Andere Richtung ist scheißegal. Also, genau so. Maggele, bei mir dreht sich alles nach. Ich komme zwar noch mal. Aua! Ich fang die Haare von Peven. Das wäre schon viel Kocken. Boah, ich kotze auf jeden Fall NICHT! Ich weiß nicht mehr, ey. Was denn nur das Blutrad nennen? Aua! Oh, Maggele, ihr seid zu fertig, ey. Gar nicht wahr! Das war die Haare. Dann war's. Danke, bitte.